hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel ideal heroes ich habe mir das spiel gerade heruntergeladen und ich wollte mir mein alter account rauszuholen ich habe ihn leider nicht gefunden deswegen muss ich jetzt noch mal von neu empfangen ich habe jetzt allerdings schon zwei minuten gespielt also sprich die einführung habe ich fertig gespielt da ist es bestätigen die einführung habe ich fertig gespielt also wenn man gleich da weiter spielt warum gibt es mal wieder so spiel wo man sein eigen account nicht wieder findet meine gute was habe ich denn mit damals gemacht vor allem man kann ja hier das spiel geht im besten wir die 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 Oh, kostet was, ein paar. Noch mal. Noch mal. Ich glaube, das Spiel war bei mir vorher immer auf Englisch. Keine Ahnung. Nee, doch nicht. Ich glaube, das war Schlimm auf Deutsch. Ähm, was macht man jetzt hier? Mission ab 1.10. Okay, dann müssen wir erst mal zur Kampagne 1.10 spielen. Dann kriegen wir die Missionen. Äh, wo war das Spiel? Jetzt habe ich doch gerade gemacht. Ich bin jetzt bei Kampagne 1-3. Ich bin jetzt bei Kampagne 1.00 Uhr. 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 Immer wieder runter. Ich bin jetzt bei Kampagne 1.00 Uhr. Ich bin jetzt bei Kampagne 1.00 Uhr. Dann bin ich da. Bestätigen. Gut, habe ich auch noch locker geschafft. Oh! Erstmal, Tagesquest ist schon fertig vom BlueStack. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, jetzt sind wir schonmal bei 1.10. Oh, das sieht schlecht aus. Okay, das haben wir nicht geschafft, deswegen müssen wir schieben. Zum Beschwörungskreis war es, glaube ich. Okay. 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 Das sind die stärksten, also mit den meisten Sternen, die wir die Vater ausbilden, dass die stärker werden. Das sind die größte 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 größte. Fussionskreis, nein. Schmerzen. Okay. Verschwörungskreis, Verschwörungskreis... Alter... Das war hier rechts, glaube ich, oder? Das war hier rechts, glaube ich. Das war hier rechts. Das war das Wunscher-Gespaar. Das war's. Das war's. Das war's. Messionen, Gast Control. Ach, wie war es heute? Doch. Wie viel können wir in einer Reihe kämpfen? Ach, wie war das? Gut, dann wäre ich wieder zu kämpfen. Okay, da war die richtige nach vorne getan. Gut, jetzt noch die drei Drinzumpfer fertig. Oh nein, ich habe die schon fertig gemacht. Oh, vom Pferd zu verschenken. Oh nein. 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 Das ist gut. Oh nein. 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 Ah, aber ich hab nicht so viel diamant. Zweimal muss ich noch machen. Hm, ruckzack. Beschwerden. 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 Ich denke mal, jetzt hab ich erstmal genug Helden. Ja, das sieht auch gut aus. Noch Sterne. Und kein Doppelt. So, super. Jetzt hab ich einmal grün. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe grün. 1, 2, 3, 4. 4 Stück, glaube ich, bei mir haben Kampf drin. Also mir würde Rot fehlen. Und das Fliegen zeichnet Symbol für Kampf. Da ist Rot, jetzt haben wir einen Stern, den nehmen wir nicht. Gut. Dann probieren wir mal ein Kram aus. 9, 10, 10, 16, 30, 60, ruhig vor dem Reinhard. 2, nails reguliert. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was sind denn jetzt welche da? Was ist das? Ich mache jetzt das hier zweimal. Ich habe die Mission jetzt abgeschlossen. Und jetzt fehlt eigentlich noch das mit dem Herzen, aber ja, was soll ich machen? Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Oder vielleicht sollte ich das öfters singen. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Das war wahrscheinlich so früh jetzt. So eine Mist. Was kann ich denn noch machen? Kämpfer noch mal in Runde. Auf die Hoffnung, dass gleich genug Leute da sind, dass ich meine Daily Fitness machen kann. Was ist das? 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 Mach ist das? Was ist das? ir Die sind schon bei Level 13, ich bin noch bei Level 5, aber bei einer weise müsste ich ja sowas von verlieren. Aber nein, ich hab gewonnen. Hm, das wird... Ich glaube nicht, ich bin groß. Ah, das schaffe ich noch. Ganz knapp. Das haben wir noch geschafft. 3 oder 5, c'est noch. Hm. 3 oder 5, c'est noch. Hm. 3 oder 5, c'est noch mal. Jawohl, das schaffe ich. Und in der Müsse. 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 Ich überlege gerade, ob ich vielleicht alle schon auf Level 30 mache. Und in der Level 30 reicht erstmal. Und in der Müsse. Und in der Müsse. Level 30er. Nice. Oder? Und in der Müsse. Ich werde jetzt einmal ganz schnell durch rocken. Die Kampagne 2 Strich sowieso. Also Kampagne 2 will ich durch spielen. Und in der Müsse. 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 Na gut, ich muss Level 19 erst bleiben. Ich bin nervös, 17. Ja, ein bisschen. Dann hänge ich jetzt so ein bisschen hier. Beschwörungskreis. Ich bin nervös. Den haben wir nicht. Gut. Dann geben wir zum Alltag. Den haben wir. Die beiden haben wir. Die haben wir. Drei Sterne. So zwei Sterne. Zwei Sterne. Das sind alle. Das sind alle. Ich will alles zerstellen. Nein. Nein. Ich will aber nicht alle. Das ist so traurig. Warum will alles zerstellen. Jetzt wissen wir noch da eine Heiler. Einmal. 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 Ja. Ja. Den muss ich noch aufwerten. Oder ich mach das. So. Dann wette ich den auf. Das ist so. 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 Verlies. Herausforderung. Ab Level 20. Herausforderung. Ab Level 25. Herausforderung. Ab Level 30. Erfolge. Erfolge. Und noch keine neuen. Das sind echt traurig. Ach ja. Ich kann nichts mehr machen. Ach ja. Das ist so. Diamante will ich nicht ausgeben. Obwohl da habe ich schon 150 ausgegeben. So ein Mist. Ich schau jetzt noch einmal nach. Und danach. Gehe ich offline. Ich kann nichts mehr machen hier. Schade. Jo. Ich sag mal. Das war's für heute. Ich werde jetzt hier. Beenden. Und sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao.